Vision Gold wird Ihnen präsentiert vom weltweiten Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele. Toyota Eine ganz ähnliche Situation erlebt einer, der immer wieder Gast in Vision Gold Reportagen war. Ringer Frank Stäbler aus Moosberg. Gleich dreimal darf er sich über Weltmeistertitel freuen, in drei verschiedenen Gewichtsklassen. Das ist noch keinem Mattenkämpfer weltweit vor ihm gelungen. Er zeigt uns, wie akribisch er in seinem kleinen Ringerreich arbeitet, wie er gegen alle Widerstände ankämpft und wie er es immer wieder schafft, mit großen Kraftanstrengungen Kilos abzukochen, um in eine für ihn günstige Gewichtsklasse zu gelangen. Das alles macht er viele Jahre lang nur von dem einen Traum beseelt, der ihn jeden Tag antreibt, einmal eine olympische Medaille zu gewinnen. Denn die hat er 2012 in London und 2016 in Rio verpasst. Diese Gefühle, diese Vision, die Leidenschaft, die Liebe zum Sport, die Liebe zum ganz großen Titel, vielleicht das zu erreichen, was nie jemand für möglich gehalten hat, für das alles steht Olympia für mich. Und niemals aufzugeben, immer dran zu bleiben, niemals den Glaube zu verlieren. Und deswegen steht Olympia für mich für das ganze Leben, als Metapher für das ganze Leben. Diese Leidenschaft zahlt sich aus. In Tokio gewinnt Frank Stäbler Bronze in der Gewichtsklasse bis 67 Kilogramm und darf sich endlich olympischer Medaillengewinner nennen. Alle Mühen haben sich für ihn gelohnt. Ja, ich bin so unfassbar stolz darauf. Ich war Teil der verrücktesten olympischen Spiele aller Zeiten. Ich konnte meine Medaille gewinnen, somit mein Fazit. Pures Glück, Erleichterung, Glückseligkeit und am Endeffekt auch irgendwie ein Stück Freiheit, es wirklich geschafft zu haben. Ich denke, welcher Athlet kann denn schon von sich behaupten, im letzten Kampf seiner Karriere angekündigt mit dem Karriereende auf der größten Bühne der Welt in einem kleinen olympischen Finale noch die Medaille zu gewinnen und dann die Schuhe stehen zu lassen. Besser geht nicht, deswegen bin ich für mich mega, mega happy. Ich habe meinen Frieden gefunden. Die Bronze-Medaille ist meine ganz persönliche Gold-Medaille und ich bin einfach nur glücklich. Vision Gold wurde Ihnen präsentiert vom weltweiten Partner der olympischen und paralympischen Spiele. Toyota